Die AfD, Sie haben gratuliert zum Wahlsieg. Offenbar ist das so etwas Ähnliches wie eine Schwesterpartei für Sie, wo der Spitzenkandidat allen Ernstes gesagt hat, wir müssen wieder stolz auf die Leistung von deutschen Soldaten in zwei Weltkriegen sein. Und da muss ich sagen, hat es mich echt gerissen, weil mein Großvater ist im Russland-Feldzug gewesen. Der ist zurückgekommen als gebrochener Mann, der war auf gar nichts stolz.